Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 27. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 319 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch gebracht. AR-Emoji, Bixby-Lautsprecher, Update, Notch, View 2 und Windows. Wie ihr sicherlich schon an den einzelnen Keywörtern mitbekommen habt, das eine oder andere Thema logischerweise rund um die MWC, die Mobile World Congress in Barcelona, der aktuell abgehalten wird. Es gab noch Nachrückert vom Samsung-Event am Sonntag. Während der Präsentation vom S9 Galaxy hat man verlauten lassen, oder im Nachhinein besser gesagt, dass man die AR-Emoji, also nicht die AR-Emoji, wie heissen die bei Apple schon wieder? Ihr merkt schon, dieses Ding bei Apple wird genauso gut gebraucht, wie es wahrscheinlich dann bei dem Samsung sein wird. Nicht von Apple abgekuppert seid, denn man sei da schon viel länger dran am Entwickeln, an der ganzen Technologie dahinter. Ich bin mal gespannt und hoffe, das bald selber ausprobieren zu dürfen. Bei den Leuten, wo ich es bis jetzt gesehen habe, war es ein bisschen schleppend. Ein bisschen schleppend geht es auch mit der Entwicklung des Lautsprechers von Samsung voran, der Bixby-Lautsprecher. Seit letzten Sommer weiss man, dass Samsung natürlich auch an einem eigenen Speaker am Arbeiten ist. Der soll jetzt in der zweiten Hälfte, nicht in der ersten Hälfte des Jahres 2018 erscheinen. Das wurde mitgeteilt. Preise etc. solche Dinge sind zwar im Raum, wurden aber bis jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Was bestätigt wurde, ist aber, dass man sich eher im Bereich des Premium-Segments ansiedeln möchte. Also eher mit einem HomePod und ähnlich grossen Lautsprechern vergleichen darf, als eben mit den ganz kleinen von Amazon und Co. Wir dürfen gespannt sein. Ganz klar ist natürlich, dass das Ganze als ein Hub für Smart-Things, das ist ja die zugekaufte Smart-Plattform, die Samsung sich da erarbeitet hat und wo sie sich jetzt neu auch darauf fokussieren, beinhalten wird und somit sicherlich für all diejenigen, die viele Samsung-Geräte zu Hause haben, Spülmaschine, Waschmaschine etc., natürlich spannend sein könnte und sein wird. Wer ein älteres MacBook, ein älteres Mac, rumstehen hat, wo noch MacOS Sierra oder High Sierra drauf ist, für die gab es ein stilles Update, das unter anderem betrifft vor allem den Gatekeeper und ein paar Sicherheitsgeschichten hintendran. Wer das also nicht aktiviert hat, dass es automatisch rausrollt, sollte sich ein nächstes Update installieren. Und, denkt dran, macht vorab ein Backup, wie immer, ganz wichtig. Es war einmal, September 2017, machte sich eine ganze Nation, nämlich die Androide, lustig über die Notch in Apples Display. Doch ziemlich schnell hat sich herausgestellt, Apple war ja nicht der Erste, der so eine Notch drin hatte, aber ja, halt einer der ganz Großen. Und ja, mittlerweile 2018, Februar, und wir haben schon drei, vier, wahrscheinlich sogar fünf Hersteller, die eben auch draufsetzen. Bei Huawei weiß man schon ein bisschen, was durchgesichert ist. Die Secret ist, dass da eine Notch drin sein wird, im neuen P20. Das Asus Zenfone 5, was jetzt eben vorgestellt wurde, hat eine riesen, also gut, jetzt im Vergleich eben zum iPhone wieder, eine riesen Notch oder eine recht tiefe Notch, sagen wir mal so, mit eingebaut. Und die Blogger-Landschaft oder die Gadget-Blogger-Landschaft in Deutschland ist sehr gespalten und vielfach reagiert man ziemlich mit Unmut dagegen, dass man jetzt, oder dass jetzt alle Hersteller in die Richtung einkerben, sich einschlagen. Einer der Hersteller, der da auch in die Richtung gegangen ist, ist Vico, der französische oder mittlerweile ehemalig französische Smartphone-Hersteller. Mit dem View 2 haben sie eine ganz lustige Möglichkeit gemacht. Die haben nämlich eine runde Notch eingebaut. Da ist eine grosse Linse verbaut, weil beim View oder bei der View-Serie die Selfie-Geschichte eine sehr grosse Nummer ist oder ein Fokus-Produkt ist. Und somit hat es halt eine runde Aussparung. Schaut in meinen Augen gar nicht mal so schlecht aus. Und das Gerät werde ich mir natürlich auch gerne unbedingt ein bisschen genauer anschauen. Dann möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen zu unseren lieben Kollegen, oder Kollegen, ja, dem Blogger-Kollegen Dr. Windows. Die haben einen Beitrag gemacht, Mission Impossible. Warum jetzt die Erneuerung von Windows so schwer ist. Und ich finde den Artikel genial geschrieben. Da ist unter anderem beschrieben eben, wie Microsoft sich aktuell, oder was heisst aktuell, schon seit Jahren schwer tut, sein ganzes Betriebssystem zu modernisieren und überarbeiten. Begonnen mit Windows 6.5. Und dann langsam, wo es schöner wurde, mit Windows 7, oder Windows Phone 7 besser gesagt, im mobilen Bereich. Dann auf der PC-Seite mit Windows RT und Windows 8. Nach wie vor eines meiner Favorite-Systeme. Wenn da nicht Windows 10 wäre, was mir sehr gut gefällt. Aber auf jeden Fall, da geht es im Beitrag ein bisschen darum, weshalb eben, oder wo da noch Stolpersteine sind, warum der Desktop zu Nische wurde und der Desktop vor allem auch das Ganze ausbremst. Gerne nachlesen. Link bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch Und jetzt muss ich mich entschuldigen und wieder zurück ins Bett. Euer Pogipsi wünscht euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und bis hoffentlich morgen. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.